hallo grüßt euch herzlich willkommen auf meinem kanal zu einem kleinen neuen info video für train symbol 2 ein kleines update news video und zwar hat darf der games neben der baureihe 101 den intercity also mit den intercity wagen jetzt auch die strecke hamburg lübeck endlich angekündigt soll auch demnächst erscheinen ich denke mal dass es dann auch ende april anfang mai erscheinen wird also zwei deutsche addons quasi kurz nacheinander und ich freue mich darauf riesig der hauptbahnhof in hamburg ist ja mega mega geil ihr seht ihn hier auch im bild zusammen mit der baureihe 112 und den doppelstockwagen der vierten generation und dann wird es auch noch geben die baureihe 182 in mrc lackierung in schwarz auch sehr schick sehen wir hier vorne rechts im bild die es 64 u2 von siemens und die strecke wird 63 kilometer lang sein es wird nahverkehr geben und auch güterverkehr und geht von hamburg über bald bad oldesloe nach lübeck und ist ja ich glaube münchen augsburg kam im oktober raus ist dann jetzt nach knapp einem halben jahr die nächste deutsche strecke die erscheint finde ich sehr sehr genial auch wenn hamburg lübeck natürlich jetzt nichts neues ist gab es ja auch schon im train simulator ich bin ja eher jemand der dann dafür ist dass es auch mal neue strecken gibt gerade der bereich so zwischen frankfurt am main und göttingen beziehungsweise hannover das würde mich mal interessieren gerade auch kassel willimshöhe ja das wäre halt mal schön mit der bombastischen grafik einfach mal durch kassel zu fahren meine heimatstadt das wäre schon sehr sehr genial ja die baureihe 112 ist ja eine weiterentwicklung der baureihe 143 auch sehr schick das ganze da freue ich mich schon drauf was die fahrzeuge angeht hat ja darf der games gerade auch train symbol 2 immer sehr viel zu bieten finde ich immer genial die ganzen modelle wie detailliert und wie schick das alles ist und auch auf die neuen doppelstockwaggons freue ich mich natürlich ich hatte aber gelesen dass die gar nicht auf der strecke unterwegs sind sondern andere ich bin mir gar nicht mehr sicher welche das waren aber es wären angeblich die falschen die unterwegs sind und ich glaube auch baureihen 218 sind auf der strecke unterwegs also da bin ich auch mal gespannt was dann zukunft noch kommt und ich denke auch selbstverständlich kann man die ganzen das ganze rollmaterial dann auch im szenario designer benutzen und sich dann auch auf anderen strecken damit austoben ja der fuhrpark wächst auf jeden fall das ist sehr sehr genial ja kleines kleines news video falls ihr euch noch nicht mitbekommen habt dass die strecke jetzt sehr sehr zeitnah erscheinen wird darf der games ist da immer so dass erst eine woche vorher oder so das genaue erscheinungs datum bekannt gegeben wird und ich versuche auch das ganze vorab zu bekommen und das für euch vorab zu testen und dann auch am release tag gleich mit video material da zu sein und euch das ganze vorstellen zu können und ja das soll es auch schon gewesen sein freut ihr euch auf die strecke oder sagt ihr ne flachland ist nicht so meins wir waren ja jetzt im ruhrgebiet viel unterwegs und im süden von deutschland und jetzt sind wir dann auch endlich mal im norden unterwegs wird sich zeigen wie die strecke dann sein wird preis denke ich ist wieder 30 euro vorbesteller rabatt wird es bestimmt wieder geben aber lassen wir uns mal überraschen ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit und ja würde mich freuen wenn wir uns beim nächsten mal wieder hören ciao ciao